Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt. Heute mal wieder ein Außzeit-Video tief in den Bergen. Und ich habe hier neue Chakraschalen, die ich unbedingt mal austesten wollte. Ich bin kein professioneller Chakraschalenspieler, aber wir probieren das heute mal gemeinsam aus. Diese Chakraschale habe ich ja jetzt schon etwas länger. Und ja, wir schauen einfach mal und lassen uns treiben. Ich habe auch meine Kalender mit. Und ja, ich hoffe auch, dass das alles gut steht, dass ihr das alles gut hören könnt. Weil ich habe jetzt natürlich immer ein Mikrofon. Oder wäre das, wenn man so zwei hätte. Mal schauen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Im Hintergrund hörte übrigens das Wasser aus dem Berg runterkommen. So ein kleiner Mini-Wasserfall. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 '! Vielen Dank.